Hallo und herzlich willkommen zu dem ViaDirect Tutorials. In diesem Video werden wir uns damit beschäftigen, wie man ein Projekt in der Vorschau des Studios öffnet, bevor man es teilt. Sobald das Projekt erstellt wurde, kann man die Vorschau nutzen, um das Projekt zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Klickt dazu einfach auf den Button Vorschau in der Navigationsleiste oben. Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem Projekt und zeigt es aus der Sicht des Publikums an. Nun kennt ihr die Funktionsweise der Vorschau, sodass der Veröffentlichung des Projekts nichts mehr im Wege steht. Danke fürs Zuschauen!